Ba, 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 ba Präsentiert von Seleneke. Es passieren wunderschöne Dinge am Ende dieser Leiter. Schalalala, schalalala, schilala, schalalala. Okay, Procrastination. Ich gehe da jetzt mal hoch. Macht euch drauf gefasst, ich könnte unter Umständen sprachlos werden. Ich mache es mal nicht so spannend, wa? Wir tun mal so, als würde ich das das erste Mal spielen. War es eine Falle, oder war es keine Falle, hier hinzukommen? War es eine Falle, hier hinzukommen? War es ein Fehler, oder kein Fehler? Ich kann mich nur noch grob hier dran erinnern. So, Mann, sag Hallo zu ihr neue Monarch, wie fühlst du? Geh mir auf, Rob! Fuck you, Boris! Hmm, danke, Timothy. Jetzt, geh und rüffeln auf die Leid. So, es ist sehr einfach. All du hast, du hast, du hast genug genug, um deine Falle zu erhebben, und du wirst, was könnte es leichter sein. Ja, das ist die Kirche. Komische Kirche auch. Wir sind in eine Falle getappt. Wir sind jetzt in einer Arena gefangen und müssen Waves von Zombies überleben. Ähm, ich weiß, beim ersten Mal bin ich hier panisch losgerannt. Man kann sich hier erstmal in Ruhe umgucken, aber man muss auch ein bisschen Preparation leisten. Wir gehen mal hier rein. Hier müsste noch irgendwo Zeug liegen. Da vorne. Alles klar. Ähm, 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 da liegt noch was. Hier liegt noch was. Wir dürfen das hier vorne nicht aufnehmen, dann geht's los. Deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken hier. Ich muss mich ganz genau, aber ich kann auch nicht scannen, weil ich mein Ding jetzt natürlich nicht hab. Ähm, hier müsste da auch noch was liegen. Hier liegt noch was. Was hab ich denn? Ich hab auch kein Inventar. Warte mal, das schiebe ich mal so ein bisschen weiter nach da. Ah, die muss hier noch irgendwo eine Flair für mich liegen. Muss mich jetzt hier erstmal genau umgucken, meine Lieben. Ah, hier kann ich auch noch einen. Dietrich erforderlich. Ähm, ich muss genau gucken, Leute. Ich brauch alles, was ich hier kriegen kann. Die werden gleich nämlich alle freigelassen. Und das ist richtig Schüssel. Hier ist doch irgendwo, war hier nicht nur eine Flair für mich. Hier ist keine, ne? Schüssel. Nee, hier ist auch nix. Ich glaub, ohne Flair wird das schwer. Die wollen alle raus. Die wollen alle raus. Hier ist noch was? Nee. Sorry, wenn ich jetzt echt hier wie so ein Hockensprung rumlaufe und gucke. Aber, nee. Hier ist nix mehr. Ich hab jetzt genug aufgenommen. Ich lauf nochmal eben hier Ecke, Ecke, Ecke in alle Ecken rein. Das wird, ähm... Ich hab's, wie gesagt, vage noch in Erinnerung und das wird der absolute Hammerspaß. Ist hier in der Ecke vielleicht noch eine Flair? Nö. Nö. Nee, dann kommt die wahrscheinlich erst später. Hab ich mich vertan. Okay. Dann nehmen wir jetzt vorsichtig auf. Erstmal die Munition. Sobald wir die... Ach ja. Die Dingens aufheben. Pistole. Geht's los. Ja, der ist noch. Fuck. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Okay. Nachladen. Ich bin halb tot. Das ist sehr schlecht. Jetzt bräuchte ich natürlich die Flair hier. Das ist jetzt sehr schlecht, dass ich die nicht hab, ehrlich gesagt. Das ist, äh, auch irgendwie... Ich glaub, das ist Buggy. Die müsste eigentlich da sein. Weil die Schuss reichen ja jetzt nicht. Weil ich hätte die nämlich alle Locken... Oh. Die Schuss reichen nie im Leben. Ich schieß noch nicht mal diese Scheiß-Helme von denen runter. Fuck. Ja, die liegt jetzt da ein bisschen scheiße hier, das Ding. Scheiße. Ich war zu nah dran. Verdammt normal, ey. Schade. Nee, aber wenn ich diese Flair nicht finde, kann der erste Teil nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Verdammte Scheiße. Weil so viel Schuss hab ich nicht. Weißt du, was ich meine? Es kommt ja noch ein, so ein... Ach, hier ist schon alles auf. Also kann ich das auch nicht mehr einsammeln. Also ich glaube, es ist ein Fehler, dass die nicht da ist. Weil ich hab nicht genug Schuss, um das dann zu erledigen. Oder ich muss... Ich darf den nicht so früh erschießen, diesen... Dann muss ich halt umdisponieren. Scheiße, ich war zu nah dran. Habe ich mich echt selber in die Luft gejagt. Das ist unfassbar, oder? No, hier ist nichts mehr. Dann muss ich das irgendwie ein bisschen anders machen. Okay, das kriegen wir schon hin. Das ist irgendwann meine mehr als 100 Charaktere irgendwie verblasen. Genau. Habe ich ihn? Alles klar. Okay, nachladen. Die nächsten sind kein Problem. Bei dem übernächst muss ich da mal gucken. Ich hab die Flair nicht. Ich hatte das noch so in Erinnerung. Ja, den dürftest du auch weggerissen haben. So, jetzt muss ich halt mal gucken hier mit diesem Ding. Die laufen mir ja dann doch alle hinterher. Obwohl, nee. Fuck. Hm, zwei sind nur ruhig. Naja, das hat nicht funktioniert. Habe ich sie? Puh. Alles klar. Oh, wow. Okay. Ich glaube, hier ist noch Munition. Oh, da ist ein Medikit. Alles klar. Ich weiß nicht, wann ich, was ich trigger hier. Okay. Jetzt noch mal hier in Ruhe gucken. Habe ich hier irgendwas übersehen gerade? Plündern. Ah, die sind alle leer. Jetzt habe ich hier alles verblasen. Ich glaube, es ist ein bisschen anders als bei Zombie. Oh, wow. Okay. Hier runter. Oh, scheiße. Wie viele habe ich? Ich laufe mal hier hin. Fuck, fuck, fuck. Habe ich hier noch was übersehen? Ich muss die mir alle hinterher kommen lassen. Ich glaube, da hinten sind noch Minen in dem Bereich. Fuck. Okay. Lauf! Oh, fuck. Oh, scheiße. Hier kann ich, glaube ich, hoch. Hier sind noch Schuss. Oh, man. Ich bin leicht gestresst, meine Lieben. Leicht gestresst. Oh, scheiße. Ich setze das mal hier. Ich nehme mal eine Flair. Nein, nein, eine Flair. Eine Flair. Läuft erst mal da hinten hin, Mädel. So, ihr müsst euch alle sammeln und dann auf mich zulaufen. Bitte. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Wo ist die Mine? So, alle. Los. Ja. Und boom. Alles klar. So gefällt mir das. Oh, fuck. Oh, du Scheiße. Kann ich die luden? Ha, ha. Habe ich jetzt wenig Mitleid mit, muss ich sagen. Ich sammle jetzt erstmal ein. Ich glaube, ich muss da hinten jetzt gleich an dem Tor noch aufräumen. Oh, ich glaube, wir haben die ersten Wellen. Ja, die werden jetzt gefressen. Tut es mir leid? Nein, gar nicht. Because you're bitches. Inventar? Was für ein Inventar denn? Ich habe nur zwei Slots oder was? Ich höre doch hier noch was. Ah, die muss ich erschießen. Das kann ich nicht. Ich glaube, ich muss die... Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich versuche die mal zu erschießen da drin. Weil, sobald ich diesen... Sind hier noch Schuss? Sobald ich den Dings, den Button für... Dann geht das Tor hier, glaube ich, auf. Schade. Daisy haben wir verloren. I'm sorry, Daisy. Ey, scheiße. Es gibt's doch nicht. Was sind das für hartnäckige Motherfucker? Nachladen. Wenn ich gleich keinen Schuss mehr habe, dann ist es natürlich auch schlecht. Aber da oben lagen ja noch welche. Oh, oh. Ich bin jetzt hier gerade versteckt gewesen. Sorry. Okay, die habe ich weg. Wahnsinn. Er ist immer noch da. Okay. Oh, nachladen. Ich weiß nicht, wie viel Schuss ich noch habe. Weil, normalerweise macht man... Das ist jetzt ja auch der Vorteil, den ich habe. Macht man... Drückt man diesen Knopf für sein B.O.B. Und dann war's das nämlich. Dann kommen die alle raus und dann... Hier ist noch einer. Komm. Stirb. Alter. Ich glaube, wir haben's. Wir nehmen da oben jetzt nochmal auf. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt. Ich habe's verdrängt, offensichtlich. Okay. Okay, 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 okay. Okay, die Veranstalter dieser... Netten Veranstaltung, wo ich Hauptattraktion war und das gar nicht wollte, die scheinen tot zu sein. Und? Was sag ich? Haha, Motherfuckers, sag ich da. Okay. Wir drücken jetzt diesen Knopf und hoffen, dass nix mehr kommt. Zombies sind alle tot. Seht ihr, die werden alle rausgekommen hier. Aber ich weiß nicht, ob hier noch was passiert. Okay. Wir haben unseren Bob. Ja, wir haben leider einen Charakter verloren. Ich hätte schwören können, da ist noch eine Flair und ich kannte das dann nur mit der Flair. Aber da war keine Flair. Äh, wo ist denn das? Aber wir haben's dann doch noch hingekriegt. Puh, es war schwer, aber wir müssen jetzt hier erstmal gucken, was hier alles drin ist. Oh, da hängt noch was an der Wand. Dann nehmen wir das mal mit. Wir nehmen das mit. Äh, Moment, den haben wir doch, oder? Was, der ist da nicht mehr drin? Was? Okay, so kann ich das stapeln. Nee, das ist voll. Das kann ich nicht mehr stapeln. Das kann ich noch hierhin stapeln. Hä, ist unser... Ist der jetzt größer? Noch größer? Oder habe ich jetzt hier Halluzinationen? Ja, aber wir brauchen auf jeden Fall hier unseren Dingens wieder. Ist ja keine Frage. Jetzt ist aber die Frage... Rucksack. Nee, wir haben zwei große. Ich glaube, wir nehmen erstmal alles, was so munitionsmäßig ist, mit. Sprich, das, 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 das. Kann ich jetzt noch mehr mitnehmen? Nee, jetzt ist der Rucksack voll. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Ich möchte das, ich möchte den nicht mitnehmen. Ich habe doch das. Das ist so dumm. Kann ich noch irgendwas stapeln? Karabinemunition. Ja, man könnte natürlich hier die drei einzelnen für einen weiteren Molotow oder so oder für ein weiteres Medikit... Hm. Hm. Ich gucke nochmal in den Container. Vor allen Dingen, wir brauchen ja noch einen Slot jetzt für die Waffe, die da hängt. Nee, dann machen wir... Das mal wegwerfen. Wir nehmen, weil die nimmt ja wahrscheinlich... Moment, da können wir die vielleicht nach... Nee, die ist nachgeladen. Was brauche ich denn dafür? Maschinenpistolenmunition. Oder Sturmgewehr. Maschinenpistole haben wir auch. Welche war das denn? Und ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ist es zu fassen? Ich glaube, wir spielen so seit... Zehn Minuten? Man weiß es nicht. Ich muss mir echt mal, glaube ich, hier so eine Eieruhr stellen oder so. Okay, wir sind voll. Das ist alles Zeug, was wir brauchen. Dass diese beiden Sachen Slot einnehmen, ist echt ein Witz. Ähm. Ja. Ich muss nochmal eben gucken, was hier noch drin ist. Ach, da ist auch noch was drin. Können wir die noch mitnehmen? Okay. Moment. Da müssen wir eben... Die auf die Eins. Geht schon wieder nicht. Oh. Warte mal. Ach, die habe ich ausgerüstet. Okay. 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 Nachladen. Dann können wir das zumindest nochmal aufnehmen. Also wir sollten hier nichts verschwenden. Und, ähm, ja. Das ist, äh, schlecht. Das ist... Kapazitätsdingens können wir natürlich auch nicht. Ich weiß halt nicht, ob die Sachen noch hier sind. Wenn wir jetzt weggehen, ob wir dann theoretisch nochmal zurückkommen könnten. Das weiß ich nicht. Boah. Wir lassen ganz schön viel zurück, wa? Ich überlege jetzt auch, ob wir doch ne... Ich glaube, ich lasse ne Flay und nehme die Munition mit, ey. Das ist... Wir brauchen jeden Schuss. Jeden fucking Schuss wegwerfen. Und, äh, ich meine, es sind in Anführungsstrichen nur 10, aber 10 haben oder 10 nicht haben. So. Jetzt sind wir auch endlich mal fertig hier, meine Güte. Was ein Drama. Okay. Ähm. Was muss ich hier aufmachen? Warum hat der mir denn... How long will you survive? Warum hat der mir denn voll stressig gesagt... Äh, hier, mach mal. Hör mal, diese Minen, die ich auf den Boden setze. Oh, da ist ja auch noch was. Ach, guck mal. Weil's nur drei Schuss waren? Ah, alles klar. Wie viele von den Minen habe ich denn jetzt in meinem... Realistisch gesehen benutze ich die noch nicht so häufig, oder? Die hat mir jetzt aber mein Leben gerettet. Mit der Flair zusammen, die ja erstmal locken und dann, dass die dann alle zusammen hochlaufen. Das war, ähm... Ein kurzer Geistesblitz, den ich hatte. Ein kurzer Geistesblitz, den ich hatte. Wir lassen's so. Schüssel, meck der so. So, lauf mal jetzt zurück. Können wir nicht mehr drücken. Ja, geil. Jetzt sind die Leute so gelangweilt, dass die dann irgendwie solche Veranstaltungen machen. Ja, jetzt sind sie leider alle selber draufgegangen. Es tut mir... Mii, 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 mii. Kleinste Geige der Welt. Das war's jetzt auch schon. Mehr Mitleid hab ich leider nicht mit euch. So, okay. Dann machen wir jetzt hier wieder Dingens Action. Mehr so viel Glück werd ich nicht haben. Nee. Ne? Mann, der dritte Charakter. Der erste ist total dumm gestorben. Der ist jetzt, ja, verdient gestorben. Ähm... Ja. Wer sind wir denn eigentlich? Komm. Lasst uns ihn mal. Der sieht aus wie Andrew wieder. Wer sind wir? Da. Ryan Phillips, 33. British Citizen. Polizist. Ey! Ja, jetzt haben wir einen Kopf an der Seite jetzt. Bada bam, bada boom. Wir können leider die anderen nicht mehr angucken. Die haben alle das gleiche Profilbild. Auch Daisy. War keine Zeit mehr, ein abgerissenes Bild mit langen Haaren zu machen? Ja? Nein? Okay. Ähm... Age, 33. Polizist. Ryan. Ryan. Let's do this, Ryan. Alright. Nein. Ich will hier runter. Da. Ich werde mir gleich meine Beine brechen und sterben, weil ich die Leiter nicht benutzen kann. Doch. San George's Yard, Katakomben. Das haben wir hinter uns. Das war eine Falle. Prepper hat's gesagt. Prepper ist immer sehr misstrauisch, aber nun gut. Ne, wir müssen, glaube ich, hier zurück. Boah. Ist das dunkel. Oh, hello, lady. Jetzt habe ich so schnell nicht mal ein Ding ins, was ich ausrüsten kann. Das muss ich natürlich nicht mal vorher machen sollen. Okay, die wird wieder irgendeine Aufwertung für uns dabei haben. Kann ich nicht mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Habe ich überhaupt mein Schrotgewehr dabei? Nein. Okay, jetzt muss ich aber erstmal hier wieder, bevor ich hier weitergehe, alles auf die richtigen Slots. Dann packen wir das auf die 1. Das geht schon wieder nicht. Motherfucker. Das auf die 2. Dann machen wir das auf die 3. Dann machen wir das auf die 4. Und wir machen eigentlich das auf die 1. Aber das möchte er wieder nicht. Ach, egal. Dann machen wir von mir aus eine Flair auf die 1. Jawohl. So, dann haben wir das wieder auf der 2. Wir sollten jetzt keine Muni verschwenden. Jetzt muss ich nur noch zum Speicherpunkt kommen. Wo war denn das jetzt? Da draußen schreit immer noch jemand. Wie kam ich denn jetzt nochmal hin? Hier durch, ne? Ja, und dann hier durch. Ne? Ich laufe immer zu weit. Weil der... Wer baut denn diese Dinger immer da wieder auf? Das ist doch völlig absurd, Mann. Absurd. So, meine Lieben. Boah, wir haben die Arena hinter uns gebracht. Wir haben leider jemanden verloren. Ach, stimmt. Das ist ja da die komische Wasserschüssel des Grauens. Ich laufe hier nur noch mit erhobenem Baseballschläger durch die Gegend. Wahrscheinlich können wir schon zurück und das andere Zeug holen. Es ist ja in einem Container gewesen. Die Sachen, die wir weggeschmissen haben, nicht. Aber, ähm... Alles andere sollten wir... Äh, ich... Irgendwann wird ja einer stehen. Ich sag's euch. Wäre das safe, then sorry. Ryan. Let's do this, Ryan. Übrigens, die Folge, wo ich dachte, die... Ja, können wir noch ein bisschen machen. Die war ja 27 Minuten lang. Alter Schwede. So, ich glaub, wenn ich jetzt im Safehouse bin, mach ich aber mal einen Cut. Ich hab keine Ahnung, wie lang die Arena jetzt ging. Aber wir mussten ja zweimal. Was? Weil ich nicht auf ihn gehört hab, oder was? Dass es eine Falle ist. Wir speichern mal eben. Deswegen ist er jetzt so beleidigt. Alter, Prepper. Komm mal runter. Ryan. Ryan, we do this, Ryan. Alright. So, was ist denn jetzt hier unsere nächste Aufgabe? Wir gucken mal eben. Ja, okay, die ganzen Briefe. Nimm den ersten Brief. Hol dir dies... Victoria, jetzt müssen wir dann nochmal... Hol dir dies Brief in den Bricklane-Wohnungen. Hol dir dies Brief, Spidalfields, Green, Tau, London, Baconfields. Also, wir müssen jetzt die ganzen Briefe von D besorgen. Ich hoffe, wir haben genug C4 am Start. Wenn nicht, dann müssen wir das woanders nochmal herholen, weil wir jetzt nur für eine Aufwertung was weggesprengt haben. Das war irgendwie doof. Ich glaube, eigentlich ist das C4 komplett für die Briefe vorgesehen. Und wenn du noch anderes C4 einsetzt, dann brauchst du auf jeden Fall noch extra C4. Wie auch immer. So, jetzt ist alles Rand-Mother-Shizzle voll. Es ist einfach nur alles voll. Ich glaube, wir müssen quasi so wieder abziehen. Nee, da müsste ich gleich mal ein bisschen umbauen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Wir müssen Flares und Molotows benutzen auf unseren nächsten Touren. Und wir müssen mal ein paar Waffen verbessern. Ich glaube, dieses Sturmgewehr ist schon gar nicht so shizzle. Dann packen wir dann... Ja, guck mal, wie viel wir haben. Ist das das Sturmgewehr? Wir packen jetzt mal in das Sturmgewehr alles rein. Ja. Ja. Und Kapazität ist auch immer gut. Jetzt haben wir die auf 45. Warte, wir rüsten das mal eben aus. Okay, das war die 4. Dann können wir das nämlich nachladen. Und dann kriegen wir ein bisschen mehr Platz. Okay, Sturmgewehr haben wir jetzt. Ähm, dann... Sturmgewehr... Das ist, äh, Feuerkraft... Oh, ich hoffe nicht, dass das andere besser ist. Nee, unser Sturmgewehr ist jetzt besser. Die Streuung, ähm... Okay. Zielfernrohr, nein. Schalldämpfer, nein. Ähm, was verbessern... Machen wir unsere normale Pistole oder machen wir die mit dem Schalldämpfer? Ich meine, die normale ist schon besser. Die haben wir auch verbessert, aber... Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo sneaken müssen oder nicht. Ich glaube, das lassen wir mal. Was können wir noch in das Sturmgewehr? Wir könnten noch einmal Kapazität da reinballern. Aber so viel... Boah, jetzt bin ich schon wieder geizig, ne? Jetzt bin ich schon wieder geizig. Muss ich erst mal gucken. Was habe ich denn dabei jetzt? Die Pistole lassen wir mal so. Die kann ich ja auch nicht viel weiter verbessern. Dann, ähm... Ja, dann... Ich glaube, ich muss ein bisschen hin und her räumen. Das mache ich mal ohne euch. Upsa, lalala. Offline. Und guck mal, wie ich das jetzt hier so regle. Aber ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir haben die Arena geschafft. Und jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden, oder? Wir holen uns jetzt die anderen Briefe. Und, ähm... Schauen dann mal, wie wir weiterkommen. Ich danke euch ganz herzlich. Habe ich, glaube ich, jetzt schon zum vierten Mal gesagt. Und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.